So Der schießt da auf meinen Hund, Mann Das ist mein Hund Ist euch denn nix heilig, Mann? Oh, das wollte ich nicht Ihr blöden Tings Beschütze ihn mal von dem Tink, der hinter dir steht Oh, was ist das denn? Eine Rache, der gesalbt da, aha Hier Kann ich auch nicht mit meiner Special-Tähigkeit gucken Nö, ne Ah, komisch, ich kann den Ich kann den aber Warte Warte Oh, ist noch nicht gerade noch, halt Ja, der muss ja, glaub ich, ne Zeit lang Uiuiui, der haut aber rein Die Wut des Himmels Warte, er sieht Tings hier weg Vorsicht Der ist da Der rache gesalbte Wuiuiui Oh, nochmal Friiri Friiri machen Wuiuiui Kann das sein, der die schmeißt die Tings? Ja, Moment. Gleich erst. Ich hab wieder Waffen gefunden. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls gleich mal eben verkaufen. Kann doch nicht so schwer sein, das zu verstehen. Und da mal ein bisschen Mitleid zu haben, find ich. Waffe! Ja. So. Erstmal wird hier in Ruhe geguckt, bevor die mir immer alle hetzen. Kann ja nicht wahr sein hier, also wirklich. So. Hab ich denn noch was Besseres drin? Nein. Das ist eine graue Waffe, die geht eh weg. So. Pump Garn. Stimmt, erstmal. Erstmal wird hier geguckt in Ruhe. Oh, ist aber nicht so viel zum Gucken, muss ich gerade feststellen. Sagt mal eher, was da mal? Hm, eher direkt genau. Guck auch mal durch eben einmal und dann markiere ich die direkt. Eine Morley-Wann-Waffe will eh keinen Schmein haben. Soll ich jetzt einfach mal? Na ja gut, so geil sind die Waffen jetzt doch nicht. Nicht Spaß. Aber, was man verkaufen kann, kann man direkt verkaufen. Oh. Ja gut, verkaufe ich sie direkt. Katsching. Ich bin jetzt auch direkt Munition zurückkauft. Gut. Komm weiter. Darf ich auch mal eben? Na gut, aus. Soll ich nur schon mal Kohle, ne? Was ist legitim, oder? Ja. Und muss man sagen. Ich hab auch so. Ich hab' ihn fertig gemacht. Ich hab' ihn fertig gemacht. Ich hab' ihn fertig gemacht. Ich weiß, dass noch mehr drauf. Hä? 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 Ich hab' ihn angesalbt. Das war nicht so schön. Und nicht so schlau von mir. Ich dachte, ich drehe hier schon mal am Rad. Weißt du? Wie es nun mal so ist. Weil jetzt kann ich den allen wieder nicht angreifen. Ich weiß noch nicht warum. Dann greife ich den oberen nebenbei an. Oh, der eine ist gerade immun. Genau. Weil er entschuldet hat. Holt euch jetzt auf. Holt euch auf. Holt euch auf. So. Einer müsste aber schon down sein, oder? Nö. Ne, noch nicht ganz. So, der ist down. Hier. Aber der noch nicht. Der hat jetzt noch nicht. Auf meiner Seite hat's schuld. Höher. 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 Oh, oh, oh. Warte. Jetzt ist da rein. Ich glaube jetzt nicht mehr. Oh, ich brenne. Ich bin Feuer und Flamme. Da müsst ihr jetzt versteinern. Viele Sachen, die hier fallen lässt. Hm. Gucke ich gleich durch. Hm. Oh, ein Traum in blau-grün. Neue Kleidung. Und äußerst Vorsicht. Auch gut. Ja, irgendein billiges Schild. Super. Gucke auch nicht. Atlas, grau. Brauch auch kein Schwein. Äh. Nein, nein. Hm? Macht zwar weniger Schad. Ich komme nicht mehr zum einen. Komme ich denn da hoch? Dann komme ich den da hoch. Kommt man da, kommt man denn da hoch? Wie soll man denn da hochkommen? Die würde ich gerne mal testen. So. Ah, doch. Wie ist denn da jetzt hoch? Ja, Richtung nach oben. Bei mir werden zwei Sachen hier. Ja, aber gut. Wie ist denn da jetzt hoch? ja über die ging es was er kommt jetzt ein gesalbter noch ich komme da gar nicht jetzt du bist auch falsch das ist jetzt irgendwo einer sein gleich ich mach's du denn da mal ja du bist auch falsch jetzt war es nicht mehr hoch da ist nichts mehr jetzt müssen wir wieder hoch gehen mal so wie ich gerade gegangen bin weil der jetzt die andere seite ist da sind nämlich Treppen Waffe irgendwie mit vorher wird immer verkauft hier ich bin hier gar nicht hoch ich weiß gar nicht ob wir jetzt überhaupt noch gleich verkaufen können ich weiß gar nicht ob wir jetzt überhaupt noch gleich verkaufen können ich weiß gar nicht müssen wir ja nochmal zurück naja ich weiß nur nicht ob wir jetzt hab ich oh hast du nö was wo 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 drauf schießen und rauf schießen da oh jetzt müssen wir runter ich hab dir den Rücken frei 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 das ist doch mal was nö das geh ich verkaufen nö 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 das Iridium darf ich das Iridium denn holen re nö 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 da sie Ich teste hier gerade neue Waffen. Das sind auch Morley-One-Waffen. Die mag ich überhaupt nicht. Sorry. Oh, die ist... Die ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist aber auch jeder wieder eigen. Oh, die ist nicht schlecht, glaube ich. Warte mal. Wo ist meine... Wo ist die... Darf ich... Ist die besser? Boah. Oh, hier. Wo bist du denn? Achso, du bist... Schon mal verkauft. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Fee. Zeig mal. Die macht Eis. Die macht, warte mal. Ich hab die jetzt getauscht gegen meine... Die auch. Oh, welche verkaufe ich denn dann? Die ist natürlich noch besser. Die hat aber eine Nachladezeit schneller und nur Feuerrat im Messer. Komm, ich verkaufe noch eine andere Woche. Aufgeschissen. Ja, ich teste halt immer. Ne? Hab ich jetzt verkauft? Ah, ne. Die hab ich jetzt einfach nur... Müll. Kannst du das lassen? Das hat mir Schaden gemacht. Echt? Mhm. Mal können wir uns gegenseitig keinen Schaden... Ja, aber wenn die explodieren oder so, ja. Dann geht das. So. Was heißt, die bleiben gleich? Mhm, mhm, mhm. Aber weniger Feuerrate. Das krieg ich uns besser. Aber mehr Zielgenauigkeit. Das ist beides Atlas. Nachladegeschwindigkeit ist aber besser. Nur die Feuerrate ist ein bisschen weniger. Und Waffensum ist auch mehr. Noch nicht ganz für dich. Komm, aber auch da dran, nicht, dass ich mich vielleicht nicht erschreiten kann, oder? Nee, komm, ich bleib... Ist egal. Die markiere ich nicht als... Was denn? Was? Hä? Was möchtest du von mir? Warte mal. Nee, ich hab... Ähm... So. Okay, ich bin fertig. Jetzt kommen wir. Okay. Fall durchs Rohr. Mach Fall durchs Rohr. Auf diese Rohre können sie fallen. Eins, zwei, drei. Oh. Oh. Mal gucken, was hier... Wird wahrscheinlich nix sein. Oh, er weiß ja nie. Ich hab Wagenlucht. Oh, oh. Oh, oh. alles hier so ein extra dinge genau deswegen immer vielleicht finden wir ja hier noch iridium iridium sehe ich aber ich sehe leider auch viele andere Nachteil ist natürlich gegebenenfalls die Grenze Waffen Munition die wir sind aber hier ist ja auch wieder neu und hinter dir Ich muss nicht nachladen. Badass. Kannst du einfach direkt wieder zu Verkaufsautomaten kommen? Ich habe eine gefunden. Kann gut sein, aber ich will hier durchkicken. Ne, doch nicht. Die sind ganz oben. Welche Schätze könnten da drin sein? Das sieht an einer großen Laufung aus. Tief ging schön. So, nochmal durchgucken hier. Warte mal, ich will mal irgendwas... Hast du was Gutes gefunden? Ich hasse nur Marley. Ich weiß nicht, wie die abschießt. Marley One sind echt kacke. Weil man die einfach aufladen muss, finde ich. Ja. Weil jedes Mal musst du die aufladen, das ist so... Ja, aber die können gut Schaden machen. So, ich hab... Auf jeden Fall erstmal die Sachen, die ich... verkünden, was man möchte. Ja, das mache ich auch. Ach. Oh, was ist das denn hier? Blau? Mal mitnehmen. Sieht eine Granate aus. So, bist du denn soweit, liebe Fähne? Okay. Tiefe dich ja... Ein Stern. Ich überlege jetzt gerade die große Kammer, ne? Machen wir da gerade mal eben so ein kurzes... Ne? Also... Du meinst... Einen Placechen fürs Schmöglich? Genau. So ein bisschen, äh... Ganz böse... Machen wir so wir hier einen Cliff Hanger. glo feeling Alien. WieirementằngRR, ein Päuschen fürs Schmirchen? machen wir hier so ein Cliffhanger. Lüüüööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.